UNTERTITELUNG Katar. 415. Was ist 415? Meine Gefangenennummer. Jetzt bist du Katar. Aber ich will in der Musikindustrie arbeiten. Du hast Geld gemacht? Viel Geld. Hast du nie gehört über Dr. Drake? Welcher Doktor hast du gesehen? Ich habe scheiße gemacht. Ich habe seinen Kurs verloren. Wie geht das Kurs zu verlieren, Bruder? Weiß du nicht irgendein Ding, was ich trinken kann? In Stuttgart gibt es einen Goldhändler. Die kaufen Zahngold an. Wann sich wie Gold sprechen? Weil Schweigen Gold ist, aber das weißt du schon. Während wir auffluchtig... Was hast du schon wieder an der Richtlinie? Was war ich? Wie sollen wir das machen? Im Knast ein Album draufnehmen. Halle, Flashbacks, Flucht endet, wo alles begann. Nur dieses Mal, wenn ich rauskomme, bin ich wohl ein anderer Mann. G! 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 Lass mal bitte pennen, ja? Wie spät ist denn? Halb vier. Sorry, Junge. This city is not for you. All unser Leben ist schon geschrieben. Ich weiß nicht, wer. Ich bin glaube ich nicht. Untertitelung des ZDF, 2020